Witz jetzt endlich! Sorry, ich hab ja so unfassbar lange Wege. Aber ich hätte eine Frage an dich. Was machst du denn am Abend des 19.07. Sag mal so 20.15 Uhr? Pass mal auf, da sitz ich. Vorher hast du mal Bier, den Elektrolyt gehandelt getrunken und dann schön bläst du Wein in der Hand. Da sitz ich vorm Fernsehen mit meiner Frau und guck um Viertel nach acht. Auf dem hr hessisches Fernsehen Das ist fein. Das Format kommt anders, weißt du aber warum? Du wirst es mir sofort erzählen. Warum mir das weit drin sind. Ach ja, stimmt. Ja. Und falls ihr es da nicht sehen solltet, weint ihr was weiß ich Dinge tun? Am 19.07. um 20.15 Uhr dann könnt ihr es anschließend in der Major-Take von einem hr-Google. Oder von der ARD. Wir wissen das wieder wie üblich nicht. Aber ihr müsst einfach nur gucken und dann findet ihr es auch. Und wir können uns schon jetzt versprechen, es lohnt sich. 100 Prozent. Und darauf, also wir sind ja selber aufgeregt, weil wir wissen ja nicht, was da von uns kommt. Null! Gkrautup! Grootup! Vielen Dank.